Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 70 und es freut mich natürlich wieder mal sehr, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, es geht euch wie immer blendend und bestens. Ich hoffe, ihr seid gut durch diese hitzige Woche durchgekommen. Es war ja wahrlich hitzig. Man muss ja echt mal sagen, diese Temperaturen, die sind natürlich jetzt nicht so schön in dieser Zeit und ja, es ist wie es so oft ist, der Übergang von Winter zu Sommer, der wird halt immer kürzer und er ist mittlerweile ja schon wirklich kurz und solche Hitzeperioden sind dann natürlich nochmal, ja ich sag jetzt mal, die Kirsche auf der Eistorte. Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Es ist auch heute wieder sehr heiß, zumindest hier bei mir und vor allen Dingen im Büro hier sehr, sehr heiß. Insofern, ja, man muss halt jetzt auch damit rechnen, dass mein dumpfer Kopf durch die starke Hitze etwas, naja, nicht ganz zu Höchstleistungen auffahren kann. Insofern, ich hoffe trotzdem, ihr hattet eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr konntet ein paar coole Touren unternehmen, die die entsprechende Temperaturen, entsprechend gute Bedingungen voraussetzen, denn tatsächlich war es ja relativ stabil über die letzten Tage ohne große Wärmegewitter, natürlich je nach Region. Ja, über die große Hitze in nächster Zeit, da sollten wir uns definitiv mal Gedanken machen, da sollten wir mal darüber nachdenken, wie wir eigentlich im Bergsport damit umgehen, dass wir in Zukunft, ja, dass wir in Zukunft eben immer weniger kühle Tage haben, an denen auch ein Zustieg oder ein Aufstieg ganz locker von der Hand geht. Man muss sich natürlich auch darauf einstellen, dass man in Zukunft immer öfter sehr früh raus muss, damit einem nicht irgendwann die Hitze zu schaffen macht, über den Tag verteilt. Insofern, das sind natürlich alles dann Veränderungen. Natürlich ist es schön, wenn es immer schönes Wetter hat und wenn es schön warm ist und so weiter, aber ab einem gewissen Punkt ist das natürlich illusorisch zu glauben, dass das noch Spaß machen kann oder noch schön ist. So Dinge wie Hitzschlag und so Dinge wie Hitzeprobleme am Berg, Überhitzung, Wassermangel oder Flüssigkeitsmangel, Dehydration, das wird in Zukunft ein immer größeres Thema. Und ja, wir sollten uns definitiv mehr damit beschäftigen, damit es in Zukunft uns dann nicht aus den Händen gleitet und wir langfristig dann im Bergsport ein neues großes Problem neben all den anderen haben. In diesem Sinne, bitte denkt daran, wenn ihr auf Touren geht, nehmt euch immer genug zu trinken mit, vor allem wenn es zu heiß ist und vor allen Dingen, das ist das ganz, ganz Wichtige, startet wirklich früh genug und wenn das mal heißt um 4 Uhr morgens aufstehen, dann heißt das nun mal um 4 Uhr morgens aufstehen. So ist das nun mal und das ist dann natürlich auch einfach nur zu eurer eigenen Sicherheit und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie unnötig quälen muss, denn unnötig ist es spätestens dann nicht mehr, wenn es 2 nachmittags ist und man immer noch im Aufstieg ist und es keine Sonne mehr gibt. Da wird es dann richtig hart und auch teilweise richtig gefährlich. In diesem Sinne, würde ich sagen, starten wir in das heutige Thema. Wir sprechen heute über die dunkle Seite des Bergsports, wir sprechen heute über die dunkle Seite der Menschheit und die dunkle Seite der Gesellschaft, könnte man meinen, aber vielleicht ist es ja doch nicht ganz so. Dem werden wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Fangen wir ganz allgemein an, um, damit wir einfach alle eine gleiche Basis haben, damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht und wovon wir hier eigentlich in Zukunft sprechen. Sprechen wir über die Drogen der Gesellschaft. Wir alle, alle Gesellschaften, alle Kulturen haben Drogen konsumiert schon immer und tun das auch regelmäßig. Was wir als illegale und legale Drogen definieren, das ist von Land zu Land, von Kultur zu Kultur immer etwas unterschiedlich. Dann gibt es natürlich auch noch die illegalen Drogen, die aber gesellschaftlich weitgehend akzeptiert sind, wie zum Beispiel bei uns das Cannabis und es gibt auch Drogen, die sind streng verboten, werden trotzdem genommen. Es gibt Drogen, die sind absolut legal, werden in sehr großen Mengen konsumiert, Koffein, Tabak, Alkohol. Das ist, da gibt es einfach kulturelle Unterschiede und so ist es auch bei den Bergsteigern, dass es da die ein oder andere Droge gibt, die uns mehr oder weniger frisch und munter zwischen den Ohren hält, beispielsweise. So gibt es eben, wenn man um 4 Uhr morgens aufstehen muss, um zur Tour aufzubrechen, weil es eben mittags schon ziemlich heiß ist. Zum Beispiel das gute alte Koffein im Kaffee, das uns schneller wieder munter werden lässt. Viele von uns würden jetzt sagen, nee, was sind das denn für Drogen? Das sind doch keine Drogen, das ist doch Quatsch. Also das ist ja einfach nur ein Lebensmittel, aber im Prinzip kann man ja sagen, Drogen, das ist alles, was abhängig machen kann. Das ist alles, was unseren Geisteszustand manipulieren kann, verändern kann im Positiven wie auch im Negativen. Da können wir uns ja jetzt lange darüber streiten, was man als Drogen definieren kann. Es gibt eine juristische Definition von Drogen, die ist aber definitiv eine andere als die chemische und vor allen Dingen eine ganz andere als die gesellschaftliche Definition von Drogen. Und das ist natürlich auch wieder, wie gesagt, von Land zu Land unterschiedlich. Und im Bergsport, da haben Drogen, und das werdet ihr jetzt vielleicht nicht ganz glauben können, eine unfassbar große und sehr, sehr lang gehegte Kultur. Das kann man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, weil wir sehen ja irgendwie in den Bergen keine Leute, die hier mit Speed, also mit Crystal Meth, mit Kokain, mit Cannabis und Co. herumlaufen. Es gibt irgendwie keine Straßendealer irgendwo in der Eiger-Nordwand, wo man einfach mal kurz stehen bleiben kann, um sich eine Nase Kokain zu holen oder sowas. Das gibt es ja irgendwie nicht. Das ist ja eigentlich Quatsch. Also kann das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja eigentlich auch gar nicht stimmen. Wieso sollten eigentlich auch überhaupt Menschen Drogen nehmen in den Bergen? Das wäre ja eigentlich absurd. Der häufigste Spruch, den man hört, ist Bergsteigen und Wandern. Das ist wie eine Droge. Ja, da brauche ich ja dann eigentlich gar keine Zusatzdrogen mehr. Oder ist das dann eigentlich schon Mischkonsum? Oder ist das dann doch irgendwie anders zu handeln? Naja, für manche Menschen ist das Bergsteigen eine Droge. Das stimmt. Aber irgendwann stellt sich ein gewisser Pegel ein, eine gewisse Gewohnheit ein, diese Droge zu konsumieren, das Bergsteigen zu konsumieren, um in dieser Metapher zu bleiben. Und bei diesem Pegel, da bietet es sich natürlich dann an, auch anderweitig nachzuhelfen, um eigene, neue, doch nochmal viel schwierigere Erfahrungen machen zu können. Um sozusagen im Drogenperpetuum mobile jetzt nochmal eine weitere Stufe erreichen zu können, die dann auch nochmal irgendwie mehr als Droge betrachtet werden kann und die Erfüllung und so weiter. Also man kann da ja wirklich Hirngespinste sich zusammenreimen. Bleibt natürlich eine Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Drogenkonsum überhaupt in der Gesellschaft um? Verurteilen wir Menschen, die Drogen nehmen? Oder, naja, wie ist es eigentlich überhaupt mit leistungssteigernden Drogen? Ist das sozusagen der Anwalt oder der Arzt oder vielleicht sogar der Richter, der Drogen nimmt, um wach zu bleiben, um mehr arbeiten zu können und so weiter? Ist das eigentlich Leistungssteigerung? Ist das jetzt, wenn er im Wettbewerb mit anderen Richtern und Ärzten steht, ist das eigentlich eine Erschleichung von Vorteilen? Das sind alles Dinge, über die kann man sich unterhalten und die passen jetzt nicht ganz direkt in den Bergsport. Aber der Spagat, der wird gar nicht zu schwer. Das werdet ihr in den nächsten Minuten erschreckend leicht feststellen können. Schauen wir uns den Leistungssport auf der anderen Seite an. Im Leistungssport, da haben wir als Gesellschaft ja eine ganz klare Regel für Drogen gefunden. Drogen sind verboten. In richtigen Wettkämpfen geht es ja darum, sich gleichermaßen messen zu können. Also, dass man eine Leistung, die jemand erbringt, ganz objektiv mit der Leistung, die jemand anders erbringt, vergleichen kann. Und das alles nur durch eigene Körperkraft und durch eine, ich sag jetzt mal, nicht wirklich manipulierte Leistung. Die einzige Manipulation, die der Leistungssportler vornehmen darf, Manipulation ist hier wirklich im ursprünglichen Sinne der Bedeutung, die einzige Manipulation, die der Leistungssportler erbringen kann, ist das Training, das Anpassen des Körpers an die gestellten Forderungen oder eben an die Konkurrenz, also an die beste Zeit beispielsweise, an das beste Ergebnis, an die höchste Schwierigkeit. Das alles ist natürlich etwas dehnbar. Was ist eigentlich noch Manipulation und was nicht? Wenn man sich perfekt ernährt und super viel trainiert und nach einem minutiösen Zeitplan sein Leben ausrichtet, dann ist das eine Manipulation des Alltags, die dazu führt, dass man absolute Spitzenleistungen erbringen kann. Aber das hat natürlich mit Drogenkonsum überhaupt nichts zu tun. Insofern, der komplett objektive Vergleich, der endet da, wo das Einnehmen von Medikamenten, die in der Gesellschaft quasi als, ja ich sag jetzt mal, nicht erstrebenswert oder als, ja, wo er verurteilt wird beispielsweise, da endet sozusagen die Vertretbarkeit der Manipulation in einem Wettbewerb. So haben wir das als Gesellschaft ja definiert. Und diese Definition macht nach meiner Auffassung ja auch sehr viel Sinn. Stellen wir uns vor, wir würden Doping einfach erlauben und Medikamentenkonsum und Drogenkonsum während des Leistungssports erlauben. Man stelle sich vor, wie es nach ein oder vielleicht auch zwei Monaten im Leistungssport zugehen würde. Alle würden alles an Drogen nehmen, nur um eben einen Erfolg bei Olympia beispielsweise feiern zu können. Wir hätten einfach nur noch einen Kampf der Maschinen gegeneinander und das würde natürlich immer weiter ausarten, denn jeder würde schauen, wie weit kann er eigentlich auch im gesundheitlichen Sinne ans Limit gehen, um einfach noch ein paar Sekunden rauszuholen, um noch ein paar Sekunden länger auf der Matte stehen zu bleiben, ohne K.O. geschlagen zu werden und so weiter. Das würde sich natürlich immer weiter hochschaukeln, bis einfach Sportler an den Folgen des Drogenkonsums sterben würden. Deswegen sind diese Regeln nach meinem Erachten ja auch vollkommen legitim und wichtig und richtig. Nun, das ist aber alles Theorie in dem Leistungssport und ich glaube, da sollten wir uns wirklich, wirklich nichts vormachen. Da wissen wir alle Bescheid. Das ist reine Theorie. Gedopt wird in jedem Sport und zwar nicht zu knapp. Das reicht eigentlich schon, wenn man sich anschaut, was an entsprechend leistungssteigernden Medikamenten, um jetzt mal einen pauschalen Überbegriff zu verwenden, da so importiert wird, wie viel da produziert wird in China, in Russland, in Amerika, in Mexiko. Das sind Exportländer, die haben damit quasi einen ganzen Wirtschaftszweig erstellt und irgendwer muss das Zeug ja nehmen. Ist ja Blödsinn, jetzt einfach zu glauben, dass das alles für medizinische Zwecke produziert wird, beziehungsweise ist es Blödsinn zu glauben, dass das alles keine Anwendung in einem missbräuchlichen Bereich findet. Wer dazu Näheres wissen möchte oder wer sich dafür mehr interessiert, wie krass eigentlich der Leistungssport mit Doping vergiftet wurde und wird und aktiv wird, und zwar in jedem einzelnen Sport. Es ist wirklich vollkommen egal, in was für einen Sport man schaut. Selbst Schachspieler nehmen leistungssteigernde Mittel, Dopen nehmen Drogen. Schachspieler machen das, Reiter machen das, Kletterer machen das, alle machen es. Läufer, Radfahrer sowieso, die haben es quasi erfunden, kann man mehr oder weniger sagen, Schwimmer alle. Und wer dazu etwas mehr missen möchte, der kann ganz einfach sich auf Netflix, gibt es diesen wunderbaren Film namens Icarus. Da geht es um einen amerikanischen Journalisten, der zusammen mit dem Anti-Doping-Chef in Russland, also der sozusagen, der Laborleiter, der Leader vom Laboratory, vom Vada Laboratory in Moskau war, zusammen mit dem hat er einen Film gedreht, in dem der Leiter, der Grigory Rychenkov, der damals eben der Leiter des Vada Labors war, der hat da dementsprechend ausgepackt, gegenüber dem Journalisten und dann auch gegenüber der New York Times und hat sich auch als einer der Strittenzieher bei den Olympischen Winterspielen und auch anderen Olympischen Spielen zu erkennen gegeben und dann quasi das ganze System aufgedeckt. Und auch führende Vada-Spezialisten und Vada-Chefs, ehemalige Vada-Chefs, die haben dann ebenfalls ausgepackt und haben auch gesagt, hey, Drogen sind einfach im Leistungssport ganz normal und die Vada ist komplett machtlos, alle dopen, alle, alle, alle. Und das sagen selbst die ehemaligen Vada-Chefs, also die Chefs der World Anti-Doping Agency. Jedenfalls, wen das interessiert, Icarus, einer der besten Filme meiner Meinung nach, die ich jemals zum Sport oder zu Sport generell gesehen habe, absolut großartig, kann ich sehr empfehlen, bei Netflix zu sehen. Also wer mir das jetzt nicht glaubt, dass in jedem Sport gedopt wird, nach diesem Film hat sich da dann wohl einiges geändert. Jedenfalls sollten wir jetzt aber auch über den Bezug zum Bergsport sprechen. Ist Bergsport Leistungssport? Über diese Frage haben wir uns vor vielen Wochen, nein, gar Monaten unterhalten und wir sind zu dem Entschluss gekommen, naja, je nachdem, wie man es betreibt, je nachdem, was für eine Disziplin man frönt, das Klettern kann man als Leistungssport bezeichnen, das Trailrunning kann man als Leistungssport bezeichnen, Bergsteigen, naja, da wird es schon ein bisschen schwierig, weil Leistungssport lebt auch so ein bisschen davon, vergleichbar zu sein und das ist ja beim Bergsteigen immer etwas schwierig, auch wenn es natürlich immer wieder versucht wird mit Bestzeiten auf den Mount Everest, Bestzeiten auf den Aconcagua, Rekordzeiten hier, Rekordzeiten, da finde ich persönlich, habe ich auch schon mal gesagt, vollkommener Schwachsinn, aber meinetwegen, es wird halt so gemacht. So, und gibt es jetzt im Bergsport eigentlich Doping? Gibt es jetzt eigentlich Drogenkonsum? Warum habe ich jetzt eigentlich die letzten 15 Minuten das Thema Drogenkonsum und das Thema Doping so miteinander vermischt? Da sind ja viele Leute immer etwas, ja, ich sage es mal empfindlich, denn Doping und Drogenkonsum ist ja nicht unbedingt dasselbe. Doping ist meistens Medikamentenmissbrauch, also beispielsweise der Missbrauch von Erythropoietin, also von EPO, wie man das kurz nennt. Das ist ein Mittel, das zur Anreicherung von roten Blutkörperchen sorgt. Es gibt auch sehr beliebt Eigenblutdoping, das hat dann gar nichts mit Medikamentenmissbrauch in dem Sinne zu tun, beziehungsweise hat auch nichts mit Drogenkonsum zu tun. Aber ich vermische das in diesem Fall deshalb, weil es für den Bergsport ganz relevant ist, dass man hier keine eindeutige Linie, keine eindeutige Grenze mehr sehen kann. Und weil wir ja ein Bergsport-Podcast sein, muss ich mich jetzt auch darauf beziehen. Sprechen wir nämlich mal über das Mittel Pervitin. Das ist vielleicht dem einen oder anderen von euch ein Begriff, aber ich glaube, es werden die meisten von euch eher nicht kennen. Pervitin ist nämlich mittlerweile quasi ausgestorben. Das wurde damals, und damit meine ich wirklich damals, damals in den 20er und 30er Jahren von der Firma Temmler produziert. Bei der Firma Temmler hat man sich nämlich in den 20er und 30ern gedacht, also die heißen mittlerweile Temmler. Die hießen damals nicht so richtig Temmler. Das Ganze wurde dann irgendwann neu gegründet und so weiter. Da muss man jetzt vielleicht doch korrekt bleiben, aber im Prinzip die Temmler-Werke, die gab es schon in den 20ern. Jedenfalls ging es da um das Mittel Pervitin. Und Pervitin war ein beliebtes Mittel bei den Nationalsozialisten zum Aufputschen der Soldaten in den 30ern und 40ern dann. Allein 1940 wurden 35 Millionen Tabletten an das Heer und die Luftwaffe in Deutschland ausgeliefert. Das ist eine ganze Menge, wenn man mal drüber nachdenkt. 35 Millionen Tabletten. Das wurde im Prinzip dafür genutzt, dass man eigentlich den Leuten ein bisschen schneller was einreden kann. Sie wurden ein bisschen empfänglicher. Das Pervitin unterdrückte die Müdigkeit, unterdrückte den Hunger, es unterdrückte Schmerzen. Und dadurch, dass die Leute durch das Pervitin deutlich schneller zu Selbstbewusstsein kamen, konnte man ihnen eben auch sehr viel schneller vermitteln, dass sie stark sind, dass sie das schaffen und so weiter. Die Nebenwirkungen waren immens. Die Leute haben Psychosen bekommen, wurden paranoid, haben Schlafentzug erlitten, was letztlich so ein Henne-Ei-Prinzip war. Also der Schlafentzug führte zu Paranoia, die Paranoia führte zu Schlafentzug und so weiter. Es war wirklich, wirklich schrecklich auch anzusehen. Es kam zu massiven Persönlichkeitsveränderungen. Die Leute wurden extrem nervös und das über ihr ganzes Leben lang, auch wenn das oftmals im Krieg dann ohnehin kein langes Leben war. Die Verwendung im Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen während der Blitzkriege, als es um Tage ging, da gibt es viele Studien dazu, die das auch nochmal belegen können. Da gibt es dann auch viele Aufarbeitungen, historische Aufarbeitungen zum Pervitin. Und das alles ist eine ganz schreckliche Geschichte. Aber man muss dazu sagen, der Zweite Weltkrieg und die Nationalsozialisten waren nicht die einzigen Kunden bei Temmler fürs Pervitin. Das darf man so nicht stehen lassen. Denn auch Bergsteiger, wie beispielsweise Maurice Herzog und La Chenal, drängten dazu, mit gewissen Mitteln die Berge zu erklimmen. Beispielsweise die Annapurna. Die beiden schafften es ja als erste Menschen auf die Annapurna. Und das Ganze war eine abenteuerliche Geschichte. Ich habe dazu auch ein bisschen was darüber in meiner Episode Berge im Porträt Annapurna, Teil 1 und Teil 2 erzählt. Und auch Maurice Herzog machte daraus keinen Hehl, auch in seinem Buch Annapurna, dass es einen gewissen Hang dazu gab, sich aufzuputschen. Aber davon war eigentlich keine Rede. Das war ja vollkommen normal. Man musste sich ja irgendwie helfen. Die Zustände waren so schlecht, also die Chancen waren so schlecht und der Drang dazu, aber etwas Großes zu erreichen, war so groß, dass man diese Diskrepanz eben ausgleichen musste. Man musste die Lücke füllen mit, naja, Drogen eben, Pervitin, Medikamenten. Man kann es ja nennen, wie man möchte. Das Interessante an Pervitin ist, alle von euch kennen das. Pervitin, auch wenn euch der Name nichts sagt, ist nämlich von der Idee her nichts anderes als das heutige Crystal Meth. Es wird eben nur nicht mehr von Temmler produziert, sondern in irgendwelchen schattigen Hinterhöfen in Tschechien oder sonst wo auf der Welt und dann eben zu uns importiert. Aber unterm Strich tut Crystal Meth, oder Meth genannt, nichts anderes als Pervitin eben auch. Und auch der Bestandteil von Pervitin ist sehr, sehr ähnlich wie das heutige Crystal Meth, nur eben nicht mehr medikamentös ausgegeben. Also, Herzog, La Chenal, alle nutzten Pervitin bei ihren Erstbesteigungen. Auch andere Bergsteiger geben an, dass Pervitin ein typisches Mittel war, um eben die Dinge zu erreichen auf den Achttausendern. Denn die Achttausender waren wahnsinnig. Wenn man sich überlegt, Annapurna, das waren Projekte, die waren schwierig. Kang Cheng Tsonga, das waren wahnsinnig schwierige Berge. Die Ausrüstung war so brachial und war so marode teilweise. Die Menschen wussten, sie riskieren da oben ihr Leben. Teilweise wurden sie gedrängt. Teilweise, also von den Expeditionsleitern. Teilweise haben sie auch ihren eigenen Erfolg und damit die Rettung aus der Armut beispielsweise als Chance gesehen. Vielleicht auch haben sie auch einfach nur den Ruhm vor Augen gesehen. Sie haben dann das angeboten bekommen und dann haben sie eben zugegriffen. Pervitin war keine große illegale Droge. Es war ein Hilfsmittel, um die Dinge besser und sicherer erreichen zu können. Scheinbar sicherer. Auch der, ich sag jetzt mal, berühmte und vor allen Dingen in allen Ehren gehaltene Hermann Buhl nutzte 1953 Pervitin bei seinem Alleingang auf den Nanga Parbat. Niemand würde heute sagen, dass man einfach mal schnell alleine auf den Nanga Parbat steigen kann, ohne vollkommen verrückt zu sein oder eben auch unter Drogeneinfluss zu stehen. Und auch bei Hermann Buhl traf das eben damals zu. Karl-Marie Herrlikhofer, der damalige Expeditionsleiter, soll es ihm laut Gerüchten angeboten haben und er hat zugegriffen. Das Ganze ist aber keine Verurteilung von Hermann Buhl oder Maurice Herzog oder sonst irgendjemandem, sondern in erster Linie einfach mal nur eine Aufarbeitung, eine Erklärung, dass die Maßstäbe immer schon etwas, ja, ich sag jetzt mal, gut auszulegen waren. Man konnte ein bisschen damit jonglieren. Nun war es aber dann in den 50ern so, ja, Pervitin hat so ein bisschen seine Unschuld verloren gehabt. Die Soldaten des Nationalsozialismus haben das Medikament berühmt gemacht und man musste irgendwie weg vom Pervitin. Man musste weg von diesem Drogen, man musste auch weg davon, weil viele Studien dann feststellten, meine Güte, die Menschen werden einfach nur verrückt. Die Menschen haben sich selber nicht mehr unter Kontrolle. Die Schäden, die dadurch angerichtet werden, auch langfristig, sind viel zu groß. Die Suchtgefahr ist viel zu hoch. All das sprach einfach gegen Pervitin und den Einsatz davon, so dass Pervitin irgendwann nicht mehr am Markt erhältlich war. Irgendwann musste man sich aber dann eingestehen, Scheiße, ohne Pervitin geht es einen Bergen ja gar nicht mehr. Man muss ja sagen, Pervitin war ja einfach der große Schlüssel zum Erfolg im Bergsteigen und plötzlich hat man der Welt das genommen. Wenn man das heute vergleichen möchte, könnte man auch einfach sagen, man hat, wenn man jetzt zu Olympia gehen würde, einfach gewisse Medikamente oder gewisse Nahrungsergänzungsmittel verboten. Man nimmt den Norwegern beim Biathlon eiskalt ihre Asthma-Medikamente weg und das, obwohl sie ja alle Asthma haben. Das wäre quasi das Pendant dazu. Und jetzt war es halt ein bisschen schwierig. Jetzt wurde es ein bisschen schwierig, neue Höchstleistungen zu erbringen und ja, wie ging es dann weiter? Es kam Diamox. Diamox ist ein ganz, ganz beliebtes Medikament, das übrigens ganz legal erhältlich ist. Also das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass man jetzt von weiterhin Drogen spricht. Das hat jetzt mit Drogen im Prinzip mal nichts mehr zu tun. Es ist ein ganz, ganz klassisches Arzneimittel. Und Diamox wird übrigens auch heute noch sehr üblich bei Expeditionen eingesetzt. Und ich weiß jetzt schon, dass jemand in den Kommentaren sich wieder furchtbar darüber aufregen wird, was ich gleich zu Diamox zu sagen habe, zumindest zu meiner eigenen Meinung. Aber an dieser Stelle muss ich auch sagen, fairerweise, natürlich ist das alles hier sehr subjektiv, wenn ich über Urteile spreche oder über meine persönliche Meinung. und es gibt Leute, die sehen das gar nicht mal so kritisch, ohne hier Namen nennen zu wollen. Diamox ist eigentlich ein Medikament, das zur Wasserausschönung, also zur Diurese führt. Eigentlich wird das für ganz andere Dinge eingesetzt, beispielsweise bei schlechter Atmung, bei Glaukomen und so weiter. Beispielsweise verhindert oder verringert Diamox, also der Wirkstoff dahinter ist, Acetazolamid, verhindert beispielsweise, dass der Augendruck weiter ansteigen kann und so weiter. Diamox hat also Vorteile, wenn es um Wassereinlagerungen geht, wenn es ergo um Hirnödeme, Lungenödeme und Co. geht und Diamox führt zu einer, ich sag jetzt mal, lachs gesagt, leichteren Atmung, bessere Ansprechbarkeit des Atemzentrums. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Diamox auch ein großes, ich sag jetzt mal, ein paar Probleme mit sich bringt. Es gibt mögliche Nebenwirkungen, die sind natürlich nicht so schön. Es gibt Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen, klar, es gibt Hausausschläge, man wird relativ müde, man ist nicht mehr so gut ansprechbar beispielsweise, man wird ein bisschen, wie sagt man das, benebelt, kann man auch sagen. Also es gibt ein paar Faktoren, die sind nicht ganz so gut, wenn man sie mit Diamox kombiniert und klar, vor allem, vor allem beim Bergsport wäre natürlich eine gute Ansprechbarkeit und nicht unbedingt verwirrt sein, ganz praktisch. Also Sehkraft kann beeinträchtigt werden, Verwirrung kann verursacht werden, Schläfrigkeit, all das, Reaktionsfähigkeit, die immer weiter nachlässt, Fahrtüchtigkeit, Fähigkeit Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen und so weiter, das alles kann man in der Packungsbeilage von Diamox lesen. Jetzt ist es aber natürlich lustig, dass Diamox irgendwie in jeder Reiseapotheke bei Expeditionen zu finden ist. Naja gut, jetzt kann man sagen, das ist halt ein Notfallmedikament und das stimmt vollkommen. Diamox ist das Notfallmedikament Nummer 1 neben ein paar anderen. Wenn es um Expeditionen oder wenn es eben um das Höhenbergsteigen geht, wenn man also über 5, 6, 7.000 Meter hinweg geht, dann ist Diamox tatsächlich ein praktischer Helfer, wenn es um einen Notfall geht, wenn jemand tatsächlich in lebensgefährliche Situationen kommt, die eben nicht anderweitig entstehen, außer durch die eigene Gesundheit oder durch die Höhe eben. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Diamox hilft nicht nur, wenn es einem schlecht geht, sondern hilft einem auch, wenn es einem Solala geht, dass man wieder fit wird. Und das ist, naja, wie soll man das jetzt denn ausdrücken, ohne ganz konkret zu werden? Es ist eine Einladung, es lädt natürlich in gewisser Weise dazu ein, dieses Medikament missbräuchlich zu verwenden, um leichter in die Berge zu kommen. Und hierzu schreibt die Neuzürcher Zeitung auch etwas ganz, 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 ganz Spannendes. Es gibt keine offiziellen Regeln, keine gesicherten Daten und Urinproben sind in den abgelegenen Eiswüsten von Alaska oder in der Einsamkeit des Karakorum ohnehin nur sehr schwer einzufordern. Der Nachweis, ob jemand betrogen hat oder nicht, ist fast nicht zu erbringen. Manchmal gibt es nur die subjektiven Berichte jener, die wochenlang irgendwo ihr privates Abenteuer durchgezogen haben. Nicht zuletzt wird auch die Diskussion geführt, ob Doping im Alpinismus überhaupt von Nutzen sei. Jetzt ist halt das Problem, wir sind ja auch irgendwo eine Gesellschaft, die sich aneinander misst, ganz ohne Leistungssport. Und wenn jemand einen Berg schafft oder nicht schafft, das macht natürlich einen Unterschied. Wenn jemand auf einen schwierigen Berg steigen kann und das geschafft hat, dann ist er vielleicht irgendwie etwas Heroisches, dann gibt er irgendwie so ein Vorbild vielleicht auch ab. Vielleicht ist es auch jemand, den man dann bewundert, zu dem man aufblicken kann. Aber wäre das nicht erstrebenswert für Menschen, wenn sie diese Reiseapotheke ohnehin mit dabei haben, um im Ernstfall gewappnet zu sein? Wäre es dann nicht irgendwie nachvollziehbar, sprechen wir mal von nachvollziehbar, wenn diese Menschen zu Diamox beispielsweise greifen, aber auch zu zahlreichen anderen Medikamenten, wenn es darum geht, auf einen Berg zu kommen? Wenn man beispielsweise über Viagra oder Epo spricht, die ebenfalls alle dazu führen, dass es ein bisschen leichter auf die Berge geht, ist das nicht vielleicht möglich, dass Menschen doch einfach Medikamente nehmen, um auf den Gipfel zu kommen? Und vor allen Dingen ist da eigentlich die Frage, die wir uns jetzt noch stellen müssten, ist es dann eigentlich schon Betrug? Wem betrügen wir denn? Also beim Betrug ist es ja ganz spannend. Betrug liegt auch immer nur dann vor, wenn irgendjemand geschädigt ist, wenn irgendjemand benachteiligt wird. Aber wenn wir uns selbst betrügen, dann ist das im Prinzip nicht unbedingt eine Straftat auf juristischer Ebene. Aber können wir eigentlich aus gesellschaftlicher Sicht davon sprechen, dass Menschen, die sich Viagra, Epo und Diamox einwerfen, ist das dann eigentlich, naja, Betrug? Können wir diese Menschen eigentlich als echte Bergsteiger bezeichnen, wenn Personen wie der Extrembergsteiger Stefan Keck sagen, Epo hilft definitiv? Ich bin überzeugt, dass im Höhenbergsteigen gleich viel gedopt wird wie in anderen Sportarten, wenn nicht sogar mehr? Das ist ein Zitat von Stefan Keck. Das ist ein Extrembergsteiger aus Tirol. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, ist es nicht einfach egal? Ist es nicht egal, dass wir beim Höhenbergsteigen bescheißen, wo es nur geht? Ist es nicht einfach egal, dass eigentlich jede Expedition diese Medikamente nicht nur dabei hat für den Ernstfall, sondern einfach auch verteilt, wenn es den Menschen schlecht geht? Es gibt einen interessanten Erfahrungsbericht über einen anderen Artikel, auch bei der Neuzürcher Zeitung. Da berichtet jemand, der auf den Kilimanjaro geht, dass am Fuße des Kilimanjaros Diamox und Dexamethason unfassbar leicht verteilt wird. Und extrem, also quasi ganz selbstverständlich gefragt wird, willst du eigentlich Diamox mitnehmen oder willst du es gleich prophylaktisch nehmen und so weiter? Das ist schon wahnsinnig irre. Also aus meiner persönlichen Perspektive, das ist schon extrem wahnsinnig, weil wir reden ja nicht mal von Leistungssport. Ich meine, selbst beim Leistungssport ist es ja, und deswegen habe ich ja vorhin auch die ganze Zeit über den Leistungssport gesprochen, ist es ja schon wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wie, inwieweit Doping eigentlich auf einer moralischen Ebene legitim ist oder nicht. Aber wenn wir hier jetzt von einem Hobby sprechen, das uns ja überhaupt nicht weiterbringt im Leben, wenn wir das schaffen oder nicht schaffen. Ich meine, who the fuck cares, ob jemand auf den Kilimanjaro kommt oder nicht, das ist doch vollkommen egal. Also es interessiert ja niemanden, ob du auf dem Kilimanjaro warst oder nicht, außer vielleicht noch dich selber. Und dann nehmen wir Medikamente wie Diamox oder Dexamethason, die durchaus nicht ungefährlich sind. Das sollte man hier wirklich auch mal unterstreichen. Diamox kann Allergien auslösen, Dexamethason kann Allergien auslösen, Dexamethason kann auch zu anderen Nebenwirkungen führen, die nicht schön sind. Übrigens, bitte alle Menschen, die das mal sich vornehmen zu nehmen, lest die verdammte Packungsbeilage. Diese Medikamente dienen ein und demselben Zweck. Sie sollen das Überleben in gewissen Situationen sichern, garantieren, sicherstellen. Sie werden aber missbräuchlich verwendet, genauso wie EPO eben beim Radfahren schon immer missbräuchlich verwendet wird. Genauso wie diverse Steroide missbräuchlich verwendet werden im Fitnessbereich beispielsweise. Und das alles ist gefährlich, aber das alles wird von den Menschen, die sie einnehmen, noch auf irgendeine absurde Weise als logisch dargestellt, indem man halt sagt, ja, naja, ich muss mich ja mit den Leuten messen können und die machen es ja auch alle und so weiter. Das ist, ja, wie gesagt, diese Argumentation, die kann man jetzt gut finden oder eben auch nicht, aber unterm Strich ist sie nicht ganz schlüssig. Aber beim Bergsteigen ist sie überhaupt nicht schlüssig. Beim Bergsteigen macht das überhaupt keinen Sinn, dass das so praktiziert wird. Der einzige Sinn ist es, man schafft es auf den Berg, man kann sagen und behaupten, oh, man ist ein ganz Großer und ich persönlich habe nach vielen Erfahrungsberichten und nach vielen Leuten, die ich jetzt auch danach gefragt habe, herausgefunden, Oha, es dopen halt wirklich quasi alle und natürlich schreiben mir jetzt vielleicht die ein oder andere Leute, die das jetzt hier hören und im Höhenbergsteigen aktiv sind in die Kommentare, nein, ich dope nie. Aber zwei Punkte dazu, erstens, beleg das mal und zweitens, ja, das ist halt auch immer noch nicht sehr repräsentativ. Also, wenn halt mir persönlich jetzt viele Leute schreiben, ja, das Doping ist echt ein Problem und ich kenne sehr viele Leute, die bei solchen kleineren und größeren Expeditionen in Südamerika, aber auch in Afrika, auch in Asien gedopt haben, damit sie auf den Gipfel noch raufkommen und so weiter, weil es ihnen schon schlecht ging, ja, tut mir leid, dann bin ich halt deshalb biased, weil ich halt jetzt einfach ein paar Erfahrungsberichte auch gesammelt habe und auch wenn man Zeitungsberichte dazu liest, sieht man, das ist kein kleines Problem, das ist keine Randerscheinung, das steht auf Seite 1 in den Nachrichten und deswegen sollten wir das Ganze vielleicht mal zu einem Thema machen. Nicht im Sinne von, wir müssen das jetzt alles dringend sofort lösen und wir müssen diese Medikamente verbieten oder sonst irgendwas Radikales machen, wir sollten es einfach mal zu einem Thema machen, über das wir uns mal unterhalten sollten, gerne auch natürlich in den Kommentaren, gerne auch per Mail, auch wenn ich jetzt schon weiß, ich werde definitiv eine Mail von einem großen Fan bekommen, der mir schreibt, dass das alles Bullshit ist. In diesem Sinne, bleibt natürlich freundlich und sachlich, was haltet ihr, und das ist meine wichtigste Frage an euch, was haltet ihr eigentlich von Medikamentenmissbrauch im Bergsport? Ist euch das unterm Strich scheißegal, ob jemand Medikamente nimmt oder nicht, um auf den Gipfel zu kommen, würdet ihr sogar Crystal Meth wieder in Erwägung ziehen, also Permitin, um einen Gipfel zu schaffen, wenn es euch angeboten wird, im Basecamp zum Beispiel. Das würde mich grundsätzlich schon sehr interessieren, es ist unfassbar, was im Hintergrund so abläuft bei solchen Expeditionen und das seit den 30er Jahren bis heute. Es ist wirklich schräg, wenn man da mal ein bisschen einen Einblick bekommt, deshalb, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Würdet ihr, und das finde ich eigentlich eine fast schon spannendere Frage, würdet ihr eigentlich Medikamente nehmen, um auf einen Gipfel zu kommen? Angenommen, ihr steht jetzt auf 7000 Metern am Everest und ihr bekommt starke Kopfschmerzen oder ihr bekommt Probleme mit dem Sehen, habt Augenschmerzen und so weiter, würdet ihr dann zu Medikamenten greifen? Ja, nein, um weiterzugehen oder würdet ihr sagen, okay, es geht eben nicht? Das würde mich wirklich interessieren, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Wie immer möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal anmerken, der Alpen Academy Podcast finanziert sich genauso wie alle anderen Videos über eure freiwilligen Beiträge und sonst gar nicht. In diesem Sinne freut es mich wie immer, wenn ihr dieses Projekt unterstützt. Ich bin darauf angewiesen beziehungsweise eben die Alpen Academies darauf angewiesen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bleibt sauber.